ja heute wird es wieder ungemütlich da kriegst du wieder nase füße richtig nase füße wird es wieder aber ich bin heute unterwegs wahrscheinlich das weiß ich noch nicht genau das muss ich erst einmal herausfinden wenn er sieht man sich dann nachher ein bisschen später so was man schön gut